Hallo, mein Name ist Jim Avignau. Ich komme aus Deutschland und bin Künstler. Meine Bilder sind meistens positiv, manchmal aber auch negativ. Ich male gern mit Freunden zusammen oder ich male gleich ganze Hauswände an. Ich möchte euch heute zusammen mit dem Goethe-Institut zu einer ganz besonderen Veranstaltung einladen. Sie heißt Demi Barrio a tu Barrio. Wir rufen alle Künstler, egal ob Maler, Zeichner, Designer, Graffiti-Sprayer, Street-Artisten, Charakter-Designer oder was auch immer auf, schickt uns eure Designs. Wir gehen damit auf Tour in Mittelamerika. In jedem Land werden wir eure Designs an die Wand kleben und Künstler vor Ort einladen, dazu zu malen. Abends wird es Partys mit Bands und DJs geben. Und am nächsten Tag fliegen wir einfach ins nächste Land und der Spaß geht von vorne los. Am Schluss wird es eine große Abschlussveranstaltung mit euren Designs in Mexiko und eine weitere in der deutschen Hauptstadt Berlin geben. Und das Beste, wir drucken einen Katalog mit all euren Designs. Deshalb rufe ich euch auf, schickt uns eure Designs. Demi Barrio a tu Barrio. Und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr in eurem Land. Demi Barrio a tu Barrio. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.